Der Konzern Nike rückt Colin Kaepernick wieder ins Rampenlicht. Der frühere Football-Profi war der erste in den USA, der sich während der Hymne hinkniete, erklärtermaßen aus Protest gegen Rassismus. Nike wirbt jetzt mit ihm und anderen Sportlern im Rahmen der Kampagne Just Do It. Ein aktuelles Zitat von Kaepernick lautet, Glaube an etwas, auch wenn es heißt, alles zu opfern. Er hat sechs Jahre lang als Quarterback für das Team der San Francisco 49ers gespielt. Vor zwei Jahren begann Kaepernick sich hinzuknien als Zeichen seiner Ablehnung von Polizeigewalt gegen Dunkelhäutige. Es gab großes Aufsehen und viel Kritik von Football-Fans. US-Präsident Donald Trump hatte gefordert, Leute wie Kaepernick müssten gefeuert werden. Tatsächlich hat Colin Kaepernick seit dem Beginn der Proteste auch keinen Vertrag mehr als Profisportler. Nike hat nun entschieden, mit Kaepernick als eigenständigem Kopf zu werben. Er sei einer der am meisten ermutigenden Athleten seiner Generation, um über den Sport hinaus die Welt zu verbessern. Die Aktie von Nike geriet an der Börse New York nach Bekanntwerden der Nachricht am Dienstag zunächst unter Druck. Die Aktie von Nike Die Aktie von Nike